Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Produktvorstellung dieses Rucksacks und zwar der Peak Design Backpack Traveller 45L. Ein 45 Liter Rucksack hier in schwarz. Und der Disclaimer gleich vorab zur Transparenz. Peak Design war so freundlich mir diesen Rucksack für diesen Test zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank an dieser Stelle. Es gab aber keine Absprache im Sinne von das musst du sagen oder das muss weggelassen werden. Meine Meinung ist quasi wieder frei und ihr hört sie hier in diesem Video natürlich ausführlich. Ich war gerade eben draußen. Ich wollte das Review eigentlich draußen drehen. Es hat jetzt aber komplett durchgeregnet und nach der dritten Regenpause habe ich entschieden, ich gehe nach drinnen und drehe das Review einfach drinnen hier komplett, bevor ich draußen fünfmal anfangen muss und ja, ist eben so. Obwohl ich Videos draußen lieber mag, sind wir jetzt hier drin im Studio. Nichtsdestotrotz ist der Rucksack jetzt nicht weniger vorstellenswert. Also fangen wir direkt an. Ich war gerade eben im Regen draußen, ich habe gerade eben gesagt. Und der Rucksack ist jetzt auch schon fast wieder trocken komplett. Fühlt sich noch ein bisschen, ein bisschen klamm obendrauf an, aber das ist ja völlig normal, wenn Wasser draufgekommen ist. Und es ist ein gutes Stichwort zum Thema Wetterfestigkeit. Denn mir persönlich ist es wichtig, dass ein Rucksack Regen abkann. Also nicht nur kalten Wind und so weiter und Sand, sondern vor allen Dingen auch Wasser. Und das kann der Rucksack tatsächlich richtig gut ab. Die Reißverschlüsse sind auch alle so verschweißt, dass du sozusagen bei Regen keine Probleme hast. Also hier ist nichts einfach nur drüber gestülpt, sondern die Nähte sind, ihr seht das hier unten, richtig zu. Und dementsprechend auch komplett dicht gegen Feuchtigkeit, gegen äußere Wetterbedingungen. Der Rucksack, ich habe es gerade eben auch am Anfang erwähnt, hat 45 Liter Kapazität. Und das ist für mich persönlich auch der Sweetspot zwischen großer Rucksack und noch handelbar im Alltag. Er ist ja nun für die Zielgruppe konzipiert worden, die Reisenden abzuholen, dass die möglichst viel so einen Rucksack eben dafür nutzen, weil aufgrund der Größe noch das Handgepäck im Flugzeug passt, aber auch nicht zu groß ist. Also du kriegst was unter, aber es passt eben noch im Alltag. Und der Rucksack bietet eine ganze Menge an Möglichkeiten, muss ich sagen. Und er hat mich auch auf den zweiten Blick hin wirklich überrascht mit den Möglichkeiten, die er bietet. Denn ich nutze in der Regel generell sehr gern große Rucksäcke, unabhängig davon, wie schwer sie sind. Mir ist immer wichtig, dass ich besonders viel Platz im Rucksack habe. Und dieser Rucksack bietet auch die Möglichkeit, dass man intern alles sich konfigurieren kann, wie man es möchte und wie man es braucht. Aber schauen wir den Rucksack erstmal außen an. Äußerlich ist er komplett aus Synthetikstoff hergestellt, sodass er wasserabweisend ist und Wind- und Witterungsbedingungsabweisend ist. Es gibt ihn nicht nur in Schwarz, es gibt ihn auch in so einem beige-grün-grau. Ich habe ihn jetzt hier in Schwarz und ich mag ihn in Schwarz definitiv lieber, wenn ich jetzt die Wahl habe, mir ihn auszusuchen. Und ihr seht, wenn wir ringsherum schauen, also er sieht sehr, sehr kompakt aus. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten hier, für Equipment sozusagen gut zu sorgen. Du kannst ihn nicht nur von hinten öffnen, das ist ziemlich gut. Also du kannst ihn auf den Rücken legen, sodass quasi deine Rückenseite immer sauber und trocken bleibt. Du kannst ihn hier komplett öffnen und du kannst ihn aber auch an der Seite komplett öffnen. Ich weiß, dass viele von euch Rucksäcke nicht mehr mit der Öffnung an der Seite kaufen, weil sie der Meinung sind, da könnte Equipment gestohlen werden, da könnte man unachtsam damit sein, da könnte was rausfallen. Hier gibt es Möglichkeiten, das Ganze sogar zu blockieren. Das heißt, du hast zwei in einem. Du hast den Rucksack, der an der Seite geöffnet werden kann oder eben so verschlossen wird, dass du den Rucksack quasi nur von hier öffnen kannst. Das ist ziemlich cool. Da habe ich bisher noch keinen Rucksack in der Hand gehabt, der das kann. Das finde ich sehr bemerkenswert. Hier sind die Trägerriemen ganz normal. Hier sind die Riemen für die Hüfte. Die mag ich auch sehr, gerade bei längeren Touren, wenn der Rucksack etwas schwerer ist. Mag ich es, wenn man die Hüftgurte nutzen kann, weil sie einfach mehr die Schultern entlastet und ein bisschen angenehmer im Tragekomfort ist. Und hier haben wir die Möglichkeit, noch über einen Tragegrip, ich hoffe, ihr könntet ihr sehen, hier das Ganze auch so zu tragen. Das heißt, wenn die Tragerriemen komplett wegverstaut sind, denn es geht mit diesem Rucksack, kannst du ihn quasi wie in der Reisetasche hier tragen und alle, die beim Boarding unterwegs sind zum Flugzeug oder generell viel unterwegs sind und den Rucksack eben nicht immer aufhuckeln können, die werden, denke ich, dankbar sein, dass man auch diesen Tragegriff hat. Denn ich persönlich muss sagen, dass ich mich oft erlebe, zumindest beim Ein- und Ausladen, gerade auch ins Auto, dass ich dann die Rucksäcke immer so trage. Und das geht, das ist okay. Aber das ist besser. Das ist tatsächlich besser, weil man unterschätzt, wie handlich das ist, gerade wenn du vielleicht zwei Rucksäcke von der Sorte hast oder in der einen Hand den Rucksack, in der anderen Hand noch eine Reisetasche oder einen Koffer. Dann ist das schon ein Unterschied, wenn du den Rucksack so tragen kannst und das unterschätzt man wirklich. Was man auch unterschätzt, natürlich, ist die Möglichkeit der Einstellungen mit den Trageriemen. Du kannst den Trageriemen nicht nur auf dich anpassen, sondern er ist auch obendran beweglich. Er ist quasi hier, hier unten, wie ihr das sehen könnt, hier unten, diese Nieten gibt es auch hier oben, sodass ihr den Hüftgurt für euch so einstellen könnt. Und wir können aber auch den Rucksack hier oben auch nochmal einstellen. Das heißt, das bewegt sich alles mit, sodass du den Rucksack wirklich auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und die sind nicht einfach nur festgenäht, wo du quasi die Richtung fest vorgegeben bekommst, sondern du kannst dir tatsächlich über dieses Gewinde oder dieses Scharnier, wenn man so möchte, kannst du wirklich den Tragergurt frei dir richten. Und das ist wirklich ziemlich gut. Gefällt mir bis dann wirklich. Dann hast du natürlich Peak-Design typisch auch die Möglichkeit, dir hier diesen Kameraclip, hier ist er, den Kameraclip hier ran zu befestigen. Dazu gibt es bereits ein Video von mir, das verlinke ich hier oben. Und er passt perfekt natürlich an diesen Schultergurt ran. Und Peak-Design eigen oder Peak-Design typisch ist das natürlich alles so breit, dass du auch diesen Kameraclip noch perfekt hier ran machen kannst. Nicht nur hier oben. Du kannst den Kameraclip auch hier unten befestigen. Hier unten gibt es auch diese Laschen. Hier könntest du auch diesen Kameraclip genauso durchmanövrieren und hier unten ran machen, sodass man hier oben beispielsweise eine Kamera befestigt und hier unten noch eine Zusatztasche oder ein Fernglas und so weiter oder die Trinkflasche. Und man kann ja verschiedene Sachen damit befestigen oder eben das Zusatzobjektiv. Aber du hast die Möglichkeit, auch hier unten links und rechts natürlich nicht. Links kannst du es befestigen, rechts kannst du es befestigen, links nicht. Links ist die Extratasche. Aber du könntest dir das theoretisch im Zweifel sogar doppelt hier unten belegen. Hier einmal und hier hinten, sodass du genügend Möglichkeiten hast, dir mit Kamera und Zusatzequipment eventuell das Ganze zu konfigurieren. Es gibt natürlich noch einen sehr, sehr coolen Trick für die Trageriemen. Das habe ich bis jetzt auch bei keinem anderen Rucksack gesehen. Und zwar kannst du die Trageriemen komplett hier drunter verstauen. Und dann gibt es hier diese sehr, sehr coolen Taschen, wo ihr zum einen diesen Hüftgurt drin verstecken könnt. Das ist ja auch so ein K.O.-Kriterium. Also entweder kann man die Hüftgurte komplett abnehmen und sie halten dich wirklich gut oder sie sind wirklich fest vernäht, was gut ist, was gut hält. Aber sie stören dann doch, gerade wenn der Rucksack nicht so schwer beladen ist, wenn du den Rucksack einfach nur so ein bisschen tragen möchtest, die Hüftgurte quasi immer umherbaumeln, das nervt dann schon. Hier kannst du sie wirklich komplett verstecken. Ich hoffe, wir können das hier erkennen. Die sind weg. Also ich sehe das auch nicht mehr. Und du kannst theoretisch sogar deinen Gurt dir hier auch mit drunter basteln. Jetzt geht es gerade nicht wegen dem Kameraclip. So, und du könntest dir das quasi direkt drunter basteln. Und dann, na, bekomme ich es gerade hin. Und dann ist er theoretisch darunter verschwunden. Ich bekomme es gerade nicht hin, weil der Kameraclip dran ist. Aber theoretisch kannst du beide Gurte, also den Hüftgurt und den Schultergurt komplett darunter verstecken. Und ihr hört das auch hier, mit einem magnetischen Verschluss wird das Ganze dann einfach zugeklickt. Und das hält wirklich, das hält so gut, dass der Gurt auch darunter bleibt. Und wenn du das Ganze drunter verstaut hast, kannst du es theoretisch hier nur so tragen. Und da baumelt nichts links und rechts und es stört auch nichts. Finde ich wirklich eine tolle Sache. Da hat sich Peak Design auf jeden Fall was richtig Gutes einfallen lassen. Am wichtigsten finde ich tatsächlich die Möglichkeit, dass man zumindest den Hüftgurt hier drunter verstecken kann. Denn wie ich es gerade eben sagte, auf leichteren Touren oder kürzeren Touren brauchst du es vielleicht nicht unbedingt. Und da ist es wirklich gut, wenn du ihn einfach nur so verstecken kannst, er hinten drin weg ist. Und du hast quasi nichts vor und dran, was dich stört. Dann hast du hier vorne natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit diesem Riemen auch zusammen zu klippen. Das ist alles in diesem Peak Design, wenn man so möchte. Ihr kennt das wahrscheinlich von den verschiedenen Systemen, die es da gibt. Da gibt es auch diesen Clip hier. Ich halte mal vor meinen Kopf, damit er darauf fokussiert. Und den kannst du hier mit einrasten lassen. Und dann ist das quasi dein Verbindungsstück zwischen den Hüftgurten. Kannst auch ganz easy wieder lösen. Ist tatsächlich sehr hochwertig, auch verarbeitet. Der Stoff fasst sich sehr, sehr gut an. Das sind alles, von der Haptik her fühlt sich das alles wie ein Autosicherheitsgurt an. Also ihr kennt das von jedem Fahrzeug. Und so fasst sich das an. Also das vermittelt natürlich das Gefühl von Wertigkeit und von einer sehr hohen Qualität. Gut, und du steck mal wieder rein, denn das mag ich sehr, wenn da drin ist. Ansonsten gibt es zu diesem Gurten nicht viel zu sagen, außer dass du sie natürlich auf dich einstellen kannst, auf deine Größe, auf deine Länge, wie du das eben magst und kannst zusätzlich hier oben auch noch von mir aus einen Karabiner ranhängen mit Trinkflasche und so weiter. Geht alles ideal. Hier an der Seite habt ihr die Möglichkeit, nicht nur eine Trinkflasche drin zu platzieren oder Zusatz-Equipment, was ihr braucht, sondern eben auch ein Stativ. Das könnt ihr einmal auf der einen Seite, also links machen, wie auch rechts. Auf beiden Seiten gibt es die Möglichkeit, diese Tasche zu nutzen. Die ist auf beiden Seiten auch wirklich recht groß, sodass hier eine Trinkflasche wirklich richtig gut reinpasst. Was mir gefällt, ist, dass das Ganze kein Netz nach unten ist, sodass du quasi das Gefühl hast, dass es eventuell nicht mehr halten könnte, wenn die Flasche zu schwer ist, wenn das Stativ zu schwer ist, wenn da etwas durchpiksen könnte, sondern das ist tatsächlich wirklich gut verarbeitet und der Stoff ist so dick wie auch der Stoff vom Rucksack. Das heißt, ihr könnt wirklich darauf vertrauen, dass das Ganze tatsächlich hält und das hebt auch einfach. Hier an der Seite gibt es noch einen Trageriemen, das heißt, wenn du ihn hier tragen möchtest, ziehst du ihn hier beziehungsweise hier auf der rechten Seite, auf beiden Seiten habt ihr die Möglichkeit, den Rucksack dann auch noch extra zu tragen, also nicht nur auf dieser Seite, sondern auch links und rechts. Finde ich auch gut, das sind so kleine Details, die gehen auch mal schnell unter beim Konzipieren von so einem Rucksack. Da hat Peak Design wirklich an vieles gedacht und ihr habt natürlich hier auch die Möglichkeit, das Ganze, ihr seht das hier, das ist so ein Gummizug, das heißt, das ist sehr flexibel und ihr könnt hier kleinere bis mittelgroße Stative und eben auch Trinkflaschen und so weiter darin verstauen. Ansonsten, bei mir wandern meistens hier Riegel rein oder so ein bisschen Obst und Gemüse, was ich unterwegs esse, das lade ich in der Regel nicht oben in das extra Fach, sondern eher an der Seite rein, damit ich schnell rankomme. Dafür nutze ich dann meistens dieses Fach dann eher weniger. Okay, ansonsten gibt es von der Front nicht viel zu zeigen. Hier vorne ist es relativ plan, sodass wir hier auch eine gute Wasser- und Witterungsabweisung haben. Es gibt die Möglichkeit von hier unten auch noch, seht das, hier unten sind noch verschiedene kleine, mittelgroße und lange Stricke, die ihr quasi noch hier mit dementsprechend über Kreuz verbinden könnt, sodass wir theoretisch auch ein Stativ hier hier vorne drauf machen könnten und das könnte dann in etwa so aussehen. Da haben wir dann quasi ein Stativ von dieser Sorte, das könnten wir festzurren, einmal links und einmal rechts, hängen das hier oben in diesen Haken mit ein und dann ist er fest. Das könnten wir quasi von beiden Seiten tun, ich hoffe, wir können das erkennen, genau von beiden Seiten, sodass man dann von vier Punkten her sozusagen die Gewissheit hat, dass das Ganze hält und das hebt dann schon, sodass das Stativ auch nicht rausrutscht. Also für größere Stative würde ich diese Variante benutzen, sodass du sicher gehst, dass das Ganze zum einen von der Balance etwas besser ist, wenn das Ganze hinten dran hängt, ist es deutlich besser von der Balance, also deutlich besser als an der Seite und es hält auch nochmal besser, also es ist einfach noch ein bisschen sicherer untergebracht. Insofolge würde ich empfehlen, das Ganze dann eher hinten dran zu befestigen, wenn du ein großes Stativ benutzt, beziehungsweise wenn es einfach sehr schwer ist. Gut, das packen wir wieder drunter. Ansonsten gibt es die Ösen, die du natürlich auch selbst benutzen könntest, wenn du sagst, ich möchte da jetzt nichts dran hängen, außer noch so ein paar Karabinerhaken oder so, dann geht das natürlich hier genau so. Hier oben, ihr könnt es schon sehen, hier ganz oben im Bild, ich muss ihn mal runternehmen, hier oben im Bild gibt es dann nochmal ein Extrafach, wo ihr verschiedene kleine Krimskrams-Sachen reinlegen könnt. Das Fach ist jetzt nicht so furchtbar groß, da passt dann vielleicht sowas wie noch ein Kameragurt rein oder die Geldbörse beziehungsweise, wenn du noch ein kleines Case für die Speicherkarten hast, das kannst du dann auch hier vorne reinstecken, das ist dann etwa so groß halt, wenn man das so kennt, ja genau. Ich muss sie vor mein Gesicht halten, mit der fokussiert. So, ja, also ein kleines Fach, kein riesiges Fach, reicht in der Regel für das Nötigste, was man braucht, so ein bisschen, was den Schlüssel betrifft oder die Geldbörse und das ist dann auch okay. Das Ganze auch wieder verschweißt, also auch wetterfest, der ist ja gut, gefällt mir. Dann haben wir daneben ein Fach für deinen Laptop, für Zusatzmöglichkeiten, also hier gibt es zum einen das Laptop-Fach, das kennt man ja inzwischen standardmäßig von den Rucksackherstellern, drehen wir mal so rum, da kannst du quasi hier reinschauen und hier drin gibt es dieses Netzmaterial, was auch kein dünnes Netz ist, ich hatte auch in der Vergangenheit des öfteren Rucksäcke, da war das dann schon sehr, sehr, sehr dünn einfach und dann überlegst du, was du reinpackst, weil es entweder durchspießen kann und kaputt geht das Netz oder es hält einfach nicht gut, ja und meistens habe ich dann nicht benutzt, habe quasi alles, was ich brauche, hinten reingepackt oder oben in das größere Fach, in das Zusatzfach und habe hier hinten meistens nichts groß reingelegt, außer vielleicht den Laptop oder nochmal die Geldbörse oder ja so ein bisschen was man eben noch braucht. Das ist tatsächlich ein anderer Stoff, den kenne ich jetzt so nicht und da fühlt sich auch neu für mich an, weil er tatsächlich wirklich ziemlich fest ist, es ist so eine Art Gummi-Kunststoff-Gewebe-Mix, würde ich sagen und hier oben hast du auch die Möglichkeit, dir nochmal zusätzlich für Speicherkarten noch hier oben Platz zu schaffen. Ich persönlich habe Speicherkarten nie in solche Fächer reingelegt, weil ich immer Angst hatte, dass ich das Ganze verliere. Bei mir gab es immer das Case, was zum einen wasserfest und windfest und staubfest ist, dann hier rein, aber du kannst theoretisch hier oben auch noch andere Sachen reinlegen, das müssen keine Speicherkarten sein, können auch Akkus sein oder Filtersysteme und hier gibt es natürlich dann das riesige Fach, wo du dann dir deinen Laptop reinlegen kannst. Ich kann das mal komplett aufmachen, links und rechts. Das heißt, hier ist ordentlich Platz, hier kannst du hier oben auch nochmal dieses Zusatzfach benutzen. Hier ist auch nochmal ein kleines Fach. Also an Fächern sollte es nicht hier dran scheitern oder dran liegen, dass der Rucksack ungeeignet ist. Im Gegenteil, ich denke, das ist recht gut und recht üppig ausgestattet und den Laptop sowieso, den trägst du in der Regel ja nur noch in deine Extratasche und legst ihn in der Regel nicht ungeschützt rein, obwohl du es könntest, weil alles wasserfest, wie gesagt, ist. Dann fällt es hier wieder zu und du kannst hier auch den Reißverschuss hier unten du kannst die Reißverschüsse auch generell alle zusammenbinden. Das heißt, du gehst quasi, du fährst mit der Lasche hier durch und ziehst es dann an den anderen ran und dann haben wir quasi einen Reißverschuss, der zusammenhält und dann kannst du versehentlich einfach aufmachen, und da fällt was raus beziehungsweise jemand, der an deinen Rucksack fasst, hat es nicht so einfach, gleich aufzuziehen, sondern es ist quasi verbunden und es ist eine erste Hürde gegeben im Sinne von, es ist ein bisschen sicherer. Okay, dann haben wir die Möglichkeit, hier diesen Rucksack auch etwas zu erweitern. Das ist ja ziemlich cool. Du kannst quasi nochmal zusätzliche 10 Liter, so sagt das Peak Design zumindest, gewinnen, wenn du den Rucksack hier, wir haben jetzt die Knöpfe hier eingedrückt, hier diese Druckknöpfe, die sind innen quasi zusammengedrückt und dann sieht der Rucksack so aus und wenn du sie auseinander machst, hat er nochmal 10 Liter extra ungefähr, weil er an Volumen nochmal etwas gewinnt, sodass du also innen sicher bist, wenn du ein bisschen Platz brauchst, ziehst du das quasi auseinander und wenn du nicht viel drin hast, rückst du das zusammen, sodass er dann quasi deutlich flacher wirkt und nochmal etwas weniger Volumen hat. Ich habe ihn hier schon ausgefahren, quasi zu voller Größe, zu voller Höhe, weil wenn, möchte ich persönlich so einen Rucksack auch immer komplett nutzen und jetzt nicht unbedingt auf Volumen verzichten. Dann haben wir auf der letzten Seite, was links und rechts sich befindet, hier die Möglichkeit, an der Seite zu unserem Equipment zu kommen. Und ihr seht, ich habe gerade hier eben drin einen Cube, es gibt verschiedene Cubes, ich glaube, es gibt bis zu neun verschiedene Cubes, die man sich dazu kaufen kann, es gibt auch verschiedene Cubes, die zum Unterbringen von Reiseaccessoires dienen, zum Beispiel, wenn du Baschzeug hast, also ein bisschen Hygieneartikel oder so, die kannst du dann hier reinlegen, kannst du auch dementsprechend hier drin verstauen, kannst aber auch dir andere Cubes, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen in diese Größe gehen, kannst du dir auch dazu holen. Das ist jetzt der größte Cube, der hier drin ist, den schauen wir gleich von oben an und der ist natürlich ideal, wenn du die Kamera mit verschiedenen Objektiven bestücken möchtest. Du musst aber keine Cubes verwenden, du kannst den Rucksack dir auch Blanco kaufen, ohne Cubes, dann hast du den Vorteil, dass du natürlich die komplette Größe benutzen kannst, hast keine Fächer drin, die fehlen dann eben, aber du kannst ihn innen drin komplett dir bestücken, wie du möchtest, musst eben schauen, wie du das Ganze polsterst, gerade mit größeren Objektiven hier, wie das 200 bis 600 von Sony, das passt natürlich aufgrund der Länge rein, ihr seht das hier, das passt rein, da ist sogar noch ein bisschen Platz, also ich bin jetzt nicht unbedingt gezwungen, auf dieses Objektiv zu bezichten, ich könnte es auch mit diesem Rucksack mitnehmen. Und wie wir sehen, können wir hier quasi von der Seite zugreifen und können hier über diesen Cube auch dann auf die Technik zugreifen, sodass wir dann hier, was habe ich gerade drin, also quasi von dieser Seite, hier ist jetzt gerade zu, hier könnt ihr quasi die Kamera rumdrehen, sodass ihr dann hier auf der Seite auf die Kamera zugreifen könnt, habt sie quasi schnell rausgeholt und wieder rein und könnt das Ganze wieder verschließen, sodass wir quasi sicher gehen, dass nichts rausfällt. Ich habe am Anfang gesagt, das ist für viele das Thema der Sicherheit, gerade diese Seitenöffnung von den Rucksäcken, das ist für auch einige von euch, weiß ich, so ein Sicherheitsthema und da hat Peak Design mitgedacht und Peak Design hat es folgendes gemacht und zwar kannst du diesen Rucksack, ich hoffe, ich bekomme das jetzt gleich in einem Anlauf hin, genau, du musst quasi hier oben öffnen, also wir müssen in diesen Rucksack hineingehen hier oben hinein, hier in dieser Öffnung, in die Ecke und dann können wir den Reißverschluss quasi von der Seite hier oben durchdrücken, so und dann kannst du dir den Reißverschluss quasi bis nach ganz oben ziehen. Ich mache das jetzt mal für euch, ich ziehe ihn jetzt quasi bis hoch und er ist von außen nur noch, naja, so noch leicht zu sehen, ja, das passt, also von außen sieht man fast nichts mehr, so von außen hier ist quasi alles zu und innen sehen wir aber den Reißverschluss und diesen Reißverschluss den hängen wir jetzt an dieses, seht ihr das hier, an diese Öse, kann ich quasi ranhängen, muss ich einmal so ein bisschen durchfriemeln und das richtest du in der Regel einmal ein, das machst du ja nicht bei jedem Öffnen vom Rucksack, sondern du entscheidest dich in der Regel vor der Tour, möchte ich an der Seite darauf zugreifen können oder möchte ich es eben nicht und dann weißt du also, ob du das einrichtest oder nicht. So und dann habe ich es jetzt so eingerichtet, ihr seht das hier, quasi verbunden und dann kann ich von außen zwar noch den Reißverschluss sehen, aber ich kann ihn nicht mehr öffnen, es ist zu. Das heißt also, wenn ich jetzt nur möchte, dass ich von hinten ran komme, nicht von der Seite, kann ich mir das quasi auf beiden Seiten mit diesem Ösen zusperren und dann ist es quasi gelockt und niemand könnte von außen einfach so an meine Kamera ran oder ich vielleicht versehentlich öffnen, dann fällt was raus. Dem kann ich vorbeugen, indem ich den Reißverschluss quasi hier oben in dieser Öse durchfädel. Finde ich richtig gut, finde ich eine coole Idee. Ich wäre glaube ich nicht auf sowas gekommen, aber ich finde es gut, dass Peak Design sich über sowas Gedanken gemacht hat und hier dafür gesorgt hat, dass ihr sicherer noch ein bisschen mehr mit eurem Equipment unterwegs sein könnt. Speaking of Sicherheit und große Taschen, ich habe noch eins vergessen und zwar natürlich das große Fach, das größte Fach überhaupt, mit dem du unterwegs bist und hier habe ich, ich öffne es mal für euch, ich habe es gerade eben schon aufgehabt, das größte Q, das sind solche Packwürfel kann man sagen, kann man auch rausnehmen und jetzt so rausgenommen ist ja schon recht groß, also schon recht groß muss ich sagen, das reicht locker aus, um dieses 200 bis 600 reinzulegen, da könnte ich quasi mindestens drei von ihnen hier reinlegen und dann ist der Rucksack erst fast voll, also wir haben Platz, wir haben genügend Platz für verschiedene Cubes, für kleine Cubes, hier wenn ich mal eine Actionkamera mitnehme oder wenn ich eben sage, ich packe mir diesen Cube von vornherein, belege ihn mir mit verschiedenen Objektiven und ihr seht, der Cube lässt sich so öffnen, er lässt sich so rausnehmen, er hat auch verschiedene Ösen dran und du kannst auch links und rechts jeweils auch öffnen, wenn du es möchtest, bestückt ist das Ganze dann so, ich hoffe, ich kann das erkennen, genau, du kannst dann hier quasi, hier ist das große Weitwinkel, das 1224, das große Weitwinkel ist hier drin, mal eben so, hier das 50er würde theoretisch auch noch hier oben reinpassen, wir könnten dann auf der anderen Seite alles rausnehmen, sodass wir die andere Seite komplett frei belegen, gleich mit einer zweiten, dritten Kamera oder eben einem zusätzlichen Body, verschiedene Akkus oder so weiter und hier könnten wir dann die Kamera reinlegen mit einem, ja das 35er hatte ich vorhin dran, die Canon mit dem 35er lag hier drin, beziehungsweise könnte ich hier auch einfach mir noch eine Pocket-Kamera reinlegen, wenn ich das möchte, ich kann euch mal die Canon mal eben herholen und sie hier reinzulegen in diesen Cube, also ihr seht das, das 35er mit der R5 und Gegenlichtblende liegt quasi drin und wir haben immer noch Platz, also ich könnte jetzt hier hier unten noch was reinlegen, ich könnte hier noch zusätzliches Objektiv mit reinlegen, ich könnte noch ein 28er von Sony beispielsweise einlegen, da geht noch eine ganze Menge oder das 24er zum Filmen, also Platz ist da durchaus gegeben, man kann aber auch einfach hier die Akkus reinlegen, das Ladegerät und hat quasi hier die Kamera, Objektive, die Technik und man ist fertig und der Rest des Rucksacks wird dann eben für andere Sachen genutzt, das ist schon ziemlich cool. Ich schließe mal diesen Cube, denn wir haben noch mehr hier zu entdecken und zwar haben wir auch die Möglichkeit hier, ihr könnt das wahrscheinlich nur schlecht sehen, so ist es vielleicht ein bisschen besser, genau. Und hier oben gibt es natürlich auch nochmal ein Fach, hier könnte man auch noch, wenn man möchte, zusätzlich hier das MacBook reinlegen oder den Laptop, was du eben dabei hast, dein Tablet, das ist quasi nochmal ein zusätzliches Extrafach, was sehr dünn, sehr schmal ist, aber von der Größe ideal für solche mobilen Geräte eben ist, Laptop oder Tablet und so weiter, das könnte man theoretisch hier oben reinlegen und da gibt es auch nochmal oben hier zwei Taschen, die auch nochmal reingehen, wo man sozusagen nochmal Extra Equipment oder Kleinigkeiten eben drin verstauen könnte. Ziemlich cool, ziemlich, ziemlich gut gemacht von Peak Design, muss ich sagen und da hast du wirklich verschiedene Möglichkeiten, ich habe auch gerade eben gesehen, ich habe dieses, dieses Cube, was man jetzt als Cool Two-Point nehmen könnte mit verschiedenen Hygieneartikeln, die kann man eben auch oben reinlegen und bis dann war es ja so, dass ich mich persönlich vor Rucksäcken gescheut habe, die dieses Würfeldesign haben, wo du innen dein Inlay komplett mit Würfeln beziehungsweise mit solchen Cubes bestücken musst, weil die meisten Rucksäcke das Problem hatten, dass du oben noch ein Zusatzfach hattest, was du nicht extra nutzen konntest, also du musstest es eben für die Geldbörse und so weiter benutzen und du hattest aber noch Platz und das hat mich bei den meisten Rucksäcken genervt, sodass ich dann gesagt habe, entweder habe ich das eben fest und das Inlay ist schon fest ohne Cubes, dann ist das eben so oder ich brauche eben doch mal einen Rucksack, der komplett mit Cubes gefüllt werden kann, wo ich nicht gezwungen bin, oben extra Fächer quasi anders zu nutzen, sondern ich kann eben das komplette Inlay, das komplette Innenleben des Rucksacks mit Cubes füllen und das ist bei Peak Design möglich und das muss ich sagen, haben sie wirklich ziemlich gut gemacht. Man kann natürlich selbst entscheiden und selbst wählen, wie viele Cubes man dazu nimmt, man kann auch mehrere kleinere nehmen, von den Größeren, von den Großen passt nur einer rein, hier würde jetzt theoretisch ohne meine Actionkamera würde jetzt hier die Drohne noch reinpassen und dann wäre es weitestgehend voll. Ja, du hast natürlich nicht die Möglichkeit, hier noch ein Extrafach, ein größeres Extrafach zu nutzen, ich habe es gerade eben gesagt, das liegt aber in der Natur der Sache, man muss sich dann entscheiden, möchte man einen Rucksack, der komplett mit Tubes gefüllt wird, wo man innen eben alles so bestückt und dann zur Reise eben vorpacken kann, im Sinne von, ich kann für den Fall von, ich möchte diese Kamera dort benutzen, so packen und man möchte eben nur die Drohne mitnehmen, dann eben anders packen, da muss man sich eben vorher entscheiden oder möchte ich einen Rucksack, wo ich das eben nicht habe, dann wäre das aber der falsche Rucksack für deine Bedürfnisse, weil wenn du viele Extrafächer möchtest, die fest sind, ohne Cubes, dieses Design ist natürlich hier nicht gegeben. Deshalb möchte ich das gar nicht bewerten, ob gut oder schlecht, weil das ist eher etwas, da muss man von vornherein auch im Rucksack schauen, welches Konzept möchte man fahren und mit den Möglichkeiten und mit der Universalität des Rucksacks kann man hier wirklich eine ganze Menge machen und ich möchte mal behaupten, dass man auf diese Zusatzfächer tatsächlich verzichten kann, die ich sonst bei meinen Rucksäcken hatte, weil du hier eben noch andere Fächer hast, die du genauso benutzen kannst. So, ich habe es vorhin gesagt, du kannst ihn, wie gesagt, von links und rechts öffnen, du kannst ihn komplett locken, das heißt, du kannst das Ganze auch komplett verbinden, du kannst auch hier die großen Schlaufen, die auf eine Seite nehmen, hier sind auch die Nähte verschweißt und du könntest hier theoretisch auch das Ganze hier durchfädeln, sodass auch hier nicht aus Versehen geöffnet werden könnte, wenn du es nicht mitbekommst, wobei das ist so nah am Körper, das bekommt man eigentlich schon mit und ich könnte jetzt hier theoretisch, ich habe das jetzt durchgefädelt hier, könnte man theoretisch auch das Ganze so festmachen, damit du auch selbst einfach die Sicherheit hast, um zu checken, auf welcher Höhe befindet sich der Reißverschluss, diese Öffnung möchtest du in der Regel nicht oben haben, die möchtest du eher an der Seite oder möglichst sogar unten haben, denn wenn es dann doch mal regnet, dann könnte schon ein bisschen Feuchtigkeit reinlaufen, wenn du es oben hast, demzufolge bietet es sich an, das Ganze so zu verbinden, das rastet auch so ein bisschen ein durch diesen Clip, der unten dran ist und dann schiebst du es bis ganz nach unten und bist total sicher, dass alles wasserdicht, winddicht und auch staubdicht ist und kannst quasi losziehen. Ja, und dann geht es los. Okay. Ich hoffe, das Video war nützlich. Mich würde interessieren, ob ihr Peak Design Rucksäcke bereits kennt oder vielleicht nutzt. Schreibt mir das bitte mal gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren und dann hoffe ich natürlich, dass das Ganze etwas unterhaltsam war und auch erklärt hat oder aufgeklärt hat, was der Rucksack alles kann. Ich hoffe, ich konnte euch alles zeigen. Wenn ihr eine Frage dazu habt, schreibt sie gern unter dieses Video und den Link zum Rucksack findet ihr natürlich auch unter diesem Video. Da setze ich euch alles drunter. Da könnt ihr in Ruhe selbst nochmal über die Webseite nachschauen, euch dazu belesen, den Rucksack nochmal anschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.